Hi Freunde, Herzlich Willkommen zu TransportFever 2 und ich baue ja mit Map eine neue Map, wie ich es euch schon mitgeteilt habe. Und ja, ich habe ein bisschen weiter gebaut und das schauen wir uns heute mal ein bisschen die Fortschritte an. Ähm, ja, also die Map war ja eine komplette Map, äh, leere Map und da war nichts drauf, gar nichts und ich habe sie jetzt ein bisschen designt. Also ich habe jetzt hier mal angefangen einen Fluss rein zu zeichnen, ich habe hier Berge gemacht für, das soll so ein bisschen, ja, so Vulkanlandschaft so ein bisschen darstellen mit viel Wald. Ich liebe das Wald und ich habe dann hier so eine Straße rein gemacht, ähm, ja, so mit Brücke. Hier kommt also in den Effekt der Verkehr und dann geht es hier los, ähm, fährt hier so entlang und ja, so sieht es hier aus. So, dann bin ich hier und habe hier eine Brücke gebaut und habe hier die erste Stadt gebaut. Ja, gut, diese Stadt ist ja, die habe ich nicht wirklich selber gebaut, die habe ich platziert, aber, was habe ich selber gemacht? Ich habe hier, ja, diesen, diesen Bauernhof platziert und habe den außenrum, äh, dekoriert, ja. Also dieser Bauernhof ist ja hier fertig vorgegeben und ich bin dann her und habe hier am Anfang die Dekorationen zu machen und habe mir das so vorgestellt, wie schaut denn das so in echt aus? Ich habe hier dann schöne Bäume platziert und habe hier Felder platziert, ja. Das sind also diese Felder hier. Ich weiß natürlich nicht, ich sage es euch ehrlich, ich weiß nicht, ob dann der Traktor kommt und die dann abgehendet wird, ich weiß es nicht. Hier habe ich dann auch ein Feld hingemacht, ja. Hier auch, also ein Feld, das dann abgeerntet zu werden, also abgeerntet ist hier dann Weizen, ja, Weizenfeld. Das Ganze sieht dann so aus, ja, so sieht man es dann auch, ja, also ich fände es dann doch realistisch aus. Diese Stadt habe ich dann Hohenfels genannt, hier ist dann nochmal so eine Insel, ja, mit so einem, ähm, Basaltkegel oder wie sagt man, Kegel, ja, keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, dann bin ich her und habe hier natürlich noch weiter gebaut, hier habe ich dann eine Straße gebaut, ähm, eine Straße hier durchgezogen, hier habe ich einen Berg gebaut. Ah, ja, und hier habe ich dann noch ein bisschen, ja, einen See reingebaut und hier gibt es dann eine Straße, wo es, ja, und hier habe ich dann Gewerbeeinheiten platziert. Das sind dann die Gewerbeeinheiten, muss natürlich noch alles schön dekoriert werden. Hier ist der Steinbruch, den habe ich dann ein bisschen auf der Seite noch, äh, dekoriert hier. Ja, das ist halt, ähm, ja, so wie ein Echt halt aussehen soll. Hier gibt es dann eine Brücke, ein bisschen länger eine Brücke, ähm, ja. Aber da kommen wir noch dazu, hier habe ich dann am Anfang, das ist ein See, also übrigens, das Ganze hier ist fiktiv, hier auf dem See habe ich dann am Anfang, Rudolfzell zu bauen. Rudolfzell ist so eine Ortschaft, hier ist dann wieder Landwirtschaft dabei. Ich finde natürlich, mit der Landwirtschaft kann man aber am besten dekorieren. Und hier ist dann auch nochmal Gewerbe, so ein bisschen ins Ort, in den Ort eingepasst. Dann hier, das sind im Endeffekt zwei Inseln. Hier ist auch wieder Landwirtschaft und, ja, das sieht ganz wie hier aus, Murnau, Murnau am See, ja. Hier gibt es einen Tunnel, das heißt also, der Besucher der Stadt, die fahren dann durch diese einen Tunnel da durch, hm? Ja. Dann ist meine Planung hingehend, dass ich sage, okay, hier kommen viele Städte hin. Und Industrie, hier haben wir dann auch ein bisschen größeres Kornstadt. Hier ist es so ein kleiner natürlicher Hafen, Werkelsheim, ähm, Brindenbach. Ja, und hier ist dann wieder Landwirtschaft. Und ich habe da hinten auch wieder einen Berking gemacht. Also, es soll so ein bisschen vielleicht auch Schwarzwald mäßig ein bisschen sein, ja. Hier ist noch ein Winzdorf, weiß ich noch nicht, was ich da hinbaue. Ja. Und hier ist dann so ein bisschen eine Stadt, ja, so ein bisschen Städte, so am Wasser dort. Ähm, Ahlangen, dann Fürz, äh, Nernberg. Also, das habe ich, ich sage es euch, wie es ist, ich habe es so an die Städte bis zu langen geglichen. Nürnberg, Fürth, Erlangen, du bist ja. Nernberg, Erlangen, also Ahlangen und Fürz, also Fürz, habe ich Fürz genannt. Okay. Das hier ist dann, äh, ja, Fürz. Mit schöner Industrie hier, ja. Schade natürlich, dass man die einzelnen Beude, die Gebäude jetzt wirklich selber so platzieren kann. Das wäre natürlich dann noch, äh, schöner. Aber es ist trotzdem richtig schön hier, ja. Wird natürlich noch viel, äh, schöner dekoriert hier mit, äh, Straßen, immer über da, soll man noch was Schönes einfallen. Und hier werden dann die Schiffe entlangfahren. Das ist natürlich schon richtig cool. Und, ähm, ja, hier habe ich dann aber wieder Gewerbeeinheit gemacht. Das ist dann so eine Art kleines Gewerbegebiet. Ähm, Treibstoffzelle, Raffinerie, Chemiestation, äh, Warnfabrik und die Ölraffinerie. Dann ist hier das Otterstein. Und hier drin ist dann wieder Landwirtschaft. Ja, schön mit den Feldern. Und hier ist dann das Sägewerk, ja. Also hier ist, äh, die Landwirtschaft macht natürlich auch Forst dazu. Und die Forst wird dann ins Sägewerk gebracht. Und hier gibt es dann noch ein Baumaterialienfabrik, ja. Und das Ganze ist hier natürlich verbundener mit Brimbach. Ja, und soll natürlich einigermaßen alles miteinander verbunden werden. Ja, ist natürlich noch ein bisschen Arbeit, gell, also, äh, ein paar Sachen habe ich natürlich hier jetzt schon nur ein Ding. Und ich mache mir natürlich auch Gedanken, ich klatsche jetzt nicht nur irgendwie so hin, sondern ich mache mir so Gedanken und ich schaue mir eine Sache an, wie sieht denn das in echt aus. Und gleich jetzt dann so an. Also zum Beispiel, wenn man hier schaut, schaut euch das mal an, so. Schau mal, schau mal, wie ist das. Achso, total. Ah, hat doch was, oder? Ihr müsst euch natürlich vorstellen, ich weiß nicht, wir sind ja jetzt irgendwie, äh, 1850. Seht ihr das da unten, 1850? Klar, natürlich wird sich das dann ja verändern, ähm, wenn dann die Zeit durchläuft, dann ändert sich das auch. Dann werden die Straßen anders, das ist der Stadtkern, die Gebäude, es wird sich alles verändern, ja. Aber für 1850 ist das schon doch, äh, äh, recht ordentlich. Und jetzt kommen halt noch Gebiete da hinten, das muss ich noch alles fertig machen, das hier muss ich fertig machen. Und ich werde dann diese, äh, Map euch zum Download anbieten. Hier ist natürlich auch nichts gemacht, nichts fertig, ähm, ja. Aber es kommt nach und nach. Aber ich wollte euch heute mal den Stand zeigen, der Map und, ja. Und, ähm, ja, die heißt übrigens, äh, die Map heißt übrigens Steigerland. Ja, statt die 1850, sehr große Map, einfach Schwierigkeit, er tragt 5 Millionen, ja. Also, äh, ich werde sie dann euch auf jeden Fall anbieten. Na ja, so Freunde, dann war es das mal mit einem kleinen Preview davon, von der Map und, ja. Dann lasst euch da mal überraschen, wie diese Map wachsen wird und, ja. Und würde mich dann auch freuen, wenn es dann zockt und wenn sie euch dann gefällt. So, ich bin jetzt mal draußen. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, Freunde. Und Tschüss, Servus. Bis zum nächsten Mal.